Super coole Zwei-Zimmer-Wohnung Leipzig-Zentrum. Große Dielen im Garderobenbereich. Kommt doch gerade die Sonne ein bisschen raus, aber trotzdem super helle Wohnung. Wohnung mit Laminat ausgestattet, ruhe Seidenstraße, unweit vom Bahnhof, Blickfensterseitig. Super große Zwei-Zimmer. Zwei-Zimmer-Wohnung Leipzig-Zentrum. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Und dann gehen wir hier in die Küche. Strangsanierung ist auch gerade vollzogen. Große Wohnküche mit Fliesenspiegel. Wohnküche mit Fliesenspiegel. Große Wohnküche. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Und dann gehen wir hier in das zweite Zimmer. Es ist nicht ganz so groß wie Zimmer 1. Aber super hell wie Sie sehen. Wie gesagt, die Strangsanierung wurde gerade vollzogen. Handwerker sind noch nicht ganz fertig. Augen mit Laminat, Fußboden. Blickfensterseitig. Super schöne große Zwei-Zimmer-Wohnung. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Gegenüber ist das riesige Wannenbad. Mit großen Fenster zum Innenhof. Schöne Wanne. Die Einungskräfte waren auch gerade da. Ein schönes Vorhängen im WC mit Ablagen und Handwaschbecken. Zum ruhigen Innenhof. Kein Haustrick gegenüber. Sie können hier ganz entspannt baden. Im Badezimmer auch Anschluss Waschmaschine und Abfluss. Blickfensterseitig ins große Wannenbad. Hier nochmal Handwaschbecken. Vorhänge WC mit Ablage. Daneben die schöne große Badewanne. Alles neu gefließt. Alles neu gefließt. An der trittfarbenen Fußboden. Hier nochmal einen schönen Blick ins Wannenbad. Dann geht es zurück zum Dielen- und Garderobenbereich. Und dann sind wir durch die schöne 2-Zimmer-Wohnung Leipzig-Zentrum auch schon wieder durch. Danke fürs Zuschauen. Euch einen schönen Tag. Schönen Nachmittag. Bleib gesund. Danke schön und bis später. Tschüss.